Und der ging mir immer ordentlich auf die Nerven. Aha. Ui, versinkt ja in der Säure oder keine Ahnung, was es sein soll. Auf jeden Fall sieht es ziemlich lecker aus. Ah, ist da noch ein Herz? Ja. Aha. Da kommen meine Freunde. Also, naja, Pseudo-Freunde. Ich hänge nur mit dir rum, um das Geld zu klauen. Wie man es ja bei Freunden so macht, ne? Ja, vollkommen logisch. Kein Herz. Ich höre die Schweinsnase. Wenn ich sie nicht höre, dann... Dann ist es das da. Okay, aber was macht's mit einem Herz? Ich will natürlich, dass die Herzen auch noch schöne Herzformen. Zungen die rum... Dingsen. Nicht irgendwie eklig. Nein, nein, nein. Erstmal umgucken. Was das Sint vom Umgucken ist natürlich, äh... Es könnte eine Schweinsnase da sein. Und der zweite Sint ist natürlich, äh... Sicherheit. Ich kann mir irgendwie nur langsam laufen. Okay. Vielleicht soll man sich das angucken. Ich kann auch nicht mehr angreifen. Ja, das war extra gemacht. Ah, da ist die Königin. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine bergabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Wirt nach der Macht verbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerwitzende Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftslosen, geflüsskalten Radau-Buders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben. Aber mit dir ist es oft. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören vor allem. Das folgt. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Warnung? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stocken. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Ich habe meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss geschlossed werden. Aber es gibt mehr Taten. Dein Blick verdeckt deine Taten. Die ganze Wahrheit, die du angeblichst musst, klammert dich aus, weil du die Augen von dem verschließt, was dich umgibt. Ja. Der Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenn gleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man ja forschen. Oder man muss sie stütteln. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Wutmacher. Die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Okay. Wenn Realität und Illusion nicht unterscheiden, denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert. Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Alter, die hat guckt, wie als ob die richtig hart auf Droge wäre. Ja, wunderbar. So geht man mit der Alice um. Oh, wie die auch läuft. Meine Fresse. Oh, die Arme. Und hier sind wir ja schon in Kapitel 5. Das war also Kapitel 4. Wir sind verrückt geworden. Und die Könige hat uns gefressen. What the fuck? Hab da auch ein Viech gesehen, oder? Was gibt's hier? Was gibt's hier? Leicht creepy. Boah, das Schlimmste ist dieser Blick, den sie drauf hat. Wie läuft? Oh, Mann. Ich kann's nicht oft genug sagen. Ja, liegt Blut auf dem Boden. Vollkommen normal. Ruhe, bitte. Trepanation. Ich weiß nicht, was das heißt. Haha, haha, sieht nicht nett aus. Oh. Oh. So satt haben, wie ich dein Gejammer darüber. Das war noch grad eben Diddle da und Diddle dumm, oder wie die heißen. Boah. Oh, scheiße. Oh, Mann. Da sind's unserer Schädeldecke drin. Oh, mein Gott. Oh, was ist hier? Ja, vollkommen normal. Ein Skelett. Ja, hier lag ich auch mal drauf. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde. Aber ich bin am Ende meiner Kraft. Und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckerstutzen, Schwester. Ich setz sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Oh, wie assi die sind. Was haben die denn alles mit der gemacht? Das ist ja schlimmer als in Outlast, was die mit der angestellt haben. Und okay, die hat jetzt endlich Finger abgehackt oder so. Die ist lobotomisiert. Ich weiß. Wo ist nochmal oben? Also, ne, lobotomisieren ja einen Lockenkopf. Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich geb dir... Ein Geschenk? Aber ich habe nichts für dich. The fuck? Ich beuge das auch vor eurem riesigen Hintern, euer Gnaden. Nur ein Schnösel, ein Schnörkel, die Katze. Für Feline fällt die dächt. Was für eine Katze. Wo ist der Fuchs bei den Täubchen? Oh mein Gott. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollt. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind. Lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann tröden. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir guttun. Oh mein Gott. Ganz leicht creepy. Ganz ganz leicht creepy. 16 outlast. Warte, wenn ich jetzt einfach woanders hinlaufe, was passiert dann? Okay, dann kommen wir wieder zur Alarm-Lampe. Ja, folgen wir der Lampe einfach mal. Und Alice sieht ja wieder ganz normal aus. Ob sie es ist, ist eine andere Frage, aber was sie gerade eben durchgemacht hat, oder was wir gerade eben gesehen haben, was sie durchgemacht hat, ist schon ziemlich her weh. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen, doch nun herrscht ein neues Übel und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Hübsch, hübsch. Kapitel 5 hat endlich angefangen. Und damit würde ich sagen, tut mir leid, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!